Mensch, wer rollt denn da? Bitt leiser. Ja, so macht man das. Ball gegen die Hauswand. Das sieht aber schon besser aus. Warten da hinten im Wald. War das so ein weißer? So mit... Ja. Ja, da läuft er. Ich glaube, Philipp. Aber Philipp, das nicht mit dem gelben? Ich glaube, Philipp war das nicht. Ich hatte ja ein gelbes Hemd. Ich glaube, da können wir hinterher, oder? Da ist noch einer. Da kommt ein Krabbel an, auch noch. Oh, im Wald. Im Wald. Im, ähm... Ich glaube, Wald. Nee, ich... Brandon was killed. Brandon, Testname. Boah, hey, wir proben uns hier durch die Dörfer hier. Nobody can touch me. Too hot. Aber an der Kreuzung sollte das Auto schon sein. Und da ist es nicht. Da hat er einer geklaut. Gut, das könnte noch hinter dem Häusern da sein, aber... Hopp, 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 hopp. Was höre ich denn da? Oh, da ist ein Krabbler am Hang. Zurück, zurück, zurück. Und jetzt kommt da noch einer von oben. Unten, Krabbler, rechts oben. Ja, herrlich. Was machen wir? Äh... Jeder einen. Nee, 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 nee. Nicht schießen. Wir lassen den Krabbler passieren hier und gehen dann nach rechts unten. Der kommt direkt auf uns zu. Ich weiß. Ich hab den. Den von oben hab ich jetzt im Bissier, also. Ich hab den von unten. Kümmert ihr euch um die anderen. Aber nur schießen, wenn's absolut nötig wird. Ja, ja. Der ist schon... Wir können... Wir können... Vorbei. Ich schieße. Nein, wir können vorbei. Der ist total nah. Und der hat sich umgedreht. Der hat sich umgedreht. Dann schieß, schieß. Der andere hat's nicht bemerkt. Gut. Hoffentlich kriegst du den Bolzen wieder. Der steckt auf jeden Fall noch im Arm. Boah, das war wieder mal knapp, ey. Ich dachte kurz, der kommt jetzt auch noch auf uns zu. Ich könnte ihn nehmen. Von hier aus. Ich könnte ihn auch nehmen. Ich hab ihn genommen. Okay. Oder auch nicht. Doch. Da da. Puh. Okay, sollen wir über die Straße gehen? Ich hab ihm liegen geschossen. Habt ihr das gesehen? Ja, sehr gut. Ja, Wahnsinn. Boah, da kam auch im richtigen Moment gleich die Mucke. Wo gehen wir lang? Also direkt vor uns ist noch einer. An der Straße. Der geht da auch gerade hoch, ne? Und links aus dem Wald unten Krabbler. Krabbler ist gar nicht so gefährlich. Wir könnten hier rechts runter, glaub ich. Mitten übers Feld. Ja, aber da sieht's gar nicht mal schlecht aus. Na, stimmt. Also jedenfalls besser als woanders. Ich mein, das ist scheiße, weil überall's Hobbys sind. Oh. Guck mal, was ist denn da unten? Da rechts kommt einer auf uns zugeraubt. Jo, aber volle Möhre. Wir müssen hier weg. Nach links rüber. Zu den Häusern. Da läuft gerade einer die Straße hoch. Nee, runter. Hinten Berg hoch. Von oben kommt auf jeden Fall auch einer. Oh, der ist direkt hinter mir. Oh. Ich glaube, da hinterm Zaun ist einer. Ihr müsst weiter runterkommen. Hier bei mir ist ganz gut. Ja, ich wollte noch einen Blick werfen in den Eingangsbereich da, aber da ist nix drin. Renate ist schon wieder tot. Was macht die Renate denn? Da, rechts, Vorsicht. Da gerade, direkt vor dir. Mit wem sprichst du? Random. Ja, hab ich gesehen. Jean-Philippe meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ob der hinter dir scharf ist auf dich. Ja, der dreht jetzt ab. Okay, der ist doch nicht scharf. Ich bin auf der anderen Seite hinter so ein Zaunger-Dingst. Hier ist es relativ sicher. Seht ihr den? Seh dich. Wo seid ihr denn? Ach, da. Hier. Hier sieht es ganz gut aus. Wir bräuchten alle Waffen mit Schalldämpfer. Dann würden wir einfach sagen, oh, der kommt uns jetzt zu nah ab. Bup. Das wär was. Das wär richtig schön. Ja, hier an der Kreuzung wäre der Truck jetzt gewesen, wenn er denn gespawnt wäre. Ja. Der ist definitiv gespawnt, nur nicht mit uns. Der auf der Straße ist hier mit mir. Oh, da kommt einer. Wo seid ihr überhaupt hin? Ähm, hinter dem Zaun. Wir müssen hier hoch. An einem grün-roten Haus hier oben. Ich bin auf der ganz anderen Seite. Wir müssen hier links hoch. An dem vorbei. Kommt einer auf euch zu, ne? Ja, den umgehen wir gerade. Ich glaub, der hat uns... Ne, der hat uns nicht bemerkt. Okay, der ist weg. Wo bist du nochmal genau? Ich glaub, der Hauptstraße quasi. Ah, da, ich seh dich, ja. Wir kommen jetzt da gerade oben lang. Ja. Ja, 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 ja. Da oben ist auf jeden Fall noch einer. Der ist nämlich da vorhin hochgelaufen. Begangen. wir hätten hier vielleicht eine karre gekriegt kommt keiner hinter dem bus wenn du machst du hier noch was auf der map wo man noch was abstauben könnte ja unten müssen wir jetzt zurück in die diesen einen feldweg quasi in die querstrafe da unten müsste was sein wie da waren wir doch gerade drin da links im garten ist ein hoppla hinterm haus hinter dem gelben ja der dürfte jetzt auf der anderen seite vom haus entlang das hatten wir schon mal ja ich weiß nicht ob es hier noch so was gibt es gibt obwohl er noch ein neues ja ich glaube wir sollten uns ein neues ziel aussuchen das haben wir in deiner nähe wenig gorka wäre da noch aber gorka hat auch nichts in norden von dubrovka gibt es noch ein jägerstand wäre halb auf dem weg zu gorka das ist ein jägerstand oder eine tankstelle jägerstand querfeld ein quasi an der straße ist noch eine tankstelle ja was machen wir was machen wir richtung gorka richtung gorka ok das heißt hier die straße hoch oder ja ja nee nee quatsch nee moment das ist falsch die straße hoch da geht es richtung das ist norden wir kamen doch von unten ja also müssen wir zu ne ich meine dass es die macht jetzt hier oben die kurve und geht dann rum zu richtung gorka die straße und runter wäre die richtung das passt auch von der serpentin näher auf jeden fall ist da auch eine bushaltestelle hier ist doch ein schild wir können um kasten wir warum gehen wir denn in richtung kasten aufs darf ja weil das ist da ist voll von banditen das wäre nämlich je nach links obwohl nach links wenn er nach rechts dann wäre geradeaus ne geradeaus geht es nach also ich wäre für ein bisschen mehr action und richtung kasten aufs darf kasten aufs darf ok da an der straße ist auch kann wir machen dann müssen wir aber geradeaus geht es aber nach berlin links dann geradeaus geht es nach beresino das schild ist nur falsch das muss nach links nach rechts gehen der allerdings und nach links geht ja gar keine straße das kann aus dann das ist der geradeaus weg nach baran berensino steht doch da auf dem schild nein hier auf dieser straße wo wir jetzt liegen ja jetzt geradeaus nach berensino es stimmt nicht schild allein schon vom straßentyp kann das nicht stimmen die geht jetzt geradeaus und macht dann knick nach links oder nicht das hier ist die straße das ist die hauptstraße hat der random schon recht und die müssen wir nehmen die hauptstraße ja oder körperdeiner ja das war aber ein solcher äh sorry oh ich denke ich muss was essen ja dann wollen wir mal hoffen dass wir in krasnostav wir kriegen da zwar action aber die chance ist hoch dass wir sterben werden aber ich wäre auch für ein bisschen mehr action ja wir sind schon richtig auf der hauptstraße ich blinke jetzt auch ich muss auch kurz was essen da rechts am feldweg kommt gerade ein zombie drüber zwei sogar in gorka waren wir schon ja in gorka waren wir schon da gab es auch nicht wirklich was was mich erschreckt seht ihr den rechts wir grobben wir robben einfach hier so ein bisschen nach links aber moment er kommt kommt er nicht genau auf die straße zu die statistik stimmt gar nicht ich habe gerade nochmal einen getötet und er hat die statistik nicht geupdatet das wäre eh blöd wenn wir genau über die straße hingehen da oben ist der kriecher pass auf oh jo scheiße aber der typ rechts kommt direkt auf uns also hinter uns der kommt direkt auf uns zu wir sind so ein bisschen eingekesselt gerade oder wir rennen wir rennen einfach los jetzt ins ins feld rein habt ihr genug munition ja ok und los ich bin an dem kriecher vorbeigerannt sieht es bei euch aus ok die musste meine waffe wechseln weil ich habe auf der einen keine ich bin direkt hinter dir wir laufen erstmal weiter bis bis sonst wohin lass uns ein bisschen weiter nach rechts laufen ein bisschen weiter nach rechts das ist nicht wir gehen da oben in den Wald und schlagen da ein paar Haken aber die können wir machen können wir machen Bäume sind gar nicht schlecht dann verlieren die so ein bisschen die die Dings das ist jetzt das ist die andere Straße die nach links oben von Dubrovka wegführt ok ich glaube wir haben gar nicht so viel am Arsch nur einen einen nur dann können wir auch eben Dings oder nicht mir fällt dir auf mich geil Achtung der Kuh Rain der hat dich schieß kann ich schießen wie du kannst nicht schießen ich habe schießen geklickt aber hat nicht gedings verbinde dich mal eben schnell hab ich geschossen hast du nachgeladen? eigentlich ja ich habe 30 Schuss auch in der Dings nicht nur im ja links achso rechts habe ich noch zwei Magadine der hat Verbandszeug dabei dieser hat sich doch gelungen den zu töten das gleich mitnehmen schieß mal von hier schieß mal jetzt hier hier hört uns ja keiner naja jetzt geht's ist das Einzelschuss? ja ja gut dann auf nach Krasnostav 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 auf nach Krasnostav wir müssen aber wieder auf die andere Straße ja ich muss mal gerade gucken wie viel Platz ich noch auf der Festplatte habe Moment